Hamburg hat sich aber auch relativ ruhig, ne? Ja, so können sie. Muss man mal wegfliegen. Er ist halt Flächenflieger, ne. Bei mir ist man nicht. Also ich wollte mir gedacht, als du mir die SMS geschickt hattest, da war ich gerade eine halbe Stunde weg oder so. Und waren die noch alle hier? Der Markus und die alle? Waren mehrere. Der Markus war hier und der Stefan war hier mit dem 700er. Die sind dann gefahren, als ich kam. Wir wollten irgendwie einen Schreibtisch zusammenbauen und so weiter. Ja, hatten wir heute. Wir wollen nur einkaufen. Aber ist doch schön jetzt. Wind still. Wind dran steht. Alles wunderbar. Auch hier die kleinen Dinger, die sind doch richtig ruhig jetzt in der Loch. Ich bin doch vor allem für so ein Anfänger gerade, wenn man jetzt übt. Das ist doch egal. Völlig okay, ja. Also mittags war nehmlich still, dann war sie ganz schön sinnig hier oben. Mhm. Abends ist immer Wind still. Morgens früh auch. Morgens sitzen den ganzen Tag im Wahllokal. Ja, macht gerade eben. Ich muss das, ja. Haben sie angeschrieben? Ja. Kannst ihr nicht drücken, ne. Ist egal. Ist nicht schlimm. Ne. Ist nur ärgerlich, wenn da super Wetter ist. Das verlieren wir ja. Hab ich abgestellt. Ja, dann geht. Dann müssen die alle zu Hause bleiben. Ist egal, das ist halt warm, ne. Wir kommen uns nicht ins Gehege, ne, oder? Wir kommen uns nicht ins Gehege, wir beide, ne? Glauben nicht.